Namaste und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Heute ist übrigens auch Valentinstag und ich habe eine ganz außergewöhnliche Nacht hinter mir und möchte diese neuen Energien gerne beschreiben und weitergeben an dich. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Also ganz lieben Dank und Namaste. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank an alle, die dabei waren bei unserem ersten Sternengeflüster. Ich war natürlich total aufgeregt, ganz klar. Und ja, es ist richtig gut schon gelaufen. Und das nächste wird also in 14 Tagen sein, Ende Februar. Und das plane ich schon und ich möchte auch euch nochmal dafür danken und ich möchte auch jedem danken, der mir immer wieder auch Wertschätzung schickt, in jeder Form, in jeglicher Form dafür. Ich freue mich immer so sehr über diese Verbindung und über dieses Weitergeben auch von all den Informationen. Da sind wir jetzt eigentlich schon richtig drin, denn ja, wir sind schon in der Vollmondenergie. Wir haben heute Montag, den 14. Ja, genau. Und eine mächtige, wirklich mächtige neue Transformationswelle kam in der Nacht auf der Erde an. Und dieses Video nenne ich damit auch mit dem, was wir jetzt noch an Wellen erfahren werden, bis Mitte März. Bis dieses neue Kalenderjahr auch beginnt, am 21. März. Dieses Video möchte ich gerne nennen, raus aus der Box. Also raus aus der Komfortzone, denn da werden wir jetzt wirklich geschoben, raus aus der Komfortzone. Und da kann auch keiner mehr drin bleiben, ja. Ja, diese Welle, die jetzt in der Nacht ankam, war wirklich so groß und sie zeigt eigentlich auch das, was jetzt gespiegelt im Äußeren passiert, ja. Die Pandemie wird ausgeschlichen, sie wird beendet und zeitgleich versuchen die unlichten Kräfte, ja, ein neues Angst- und Dramaszenario aufzustellen und zu initiieren. Und diese Transformationswellen, die wir jetzt erfahren, die jetzt also uns selbst auch immer so bis an den Rand, bis an die Grenze des Alleräußersten bringen, ja. Ja, das zeigt es natürlich auch im Außen. Und jetzt ist unsere Absicht auf Frieden und Absicht auf Heilung ganz, ganz doll gefragt und vor allen Dingen auch die Unterstützung all der Lichtkräfte und all derer, die sich jetzt bündeln und die dieses Feldlicht oder dieses Licht sozusagen auf der Erde immer mehr stärken. Denn diese Bündelung und diese Gemeinsamkeit brauchen wir jetzt, um die nächsten Absichten und Pläne, die hier, ja, auf die Erde gebracht werden sollen, also zu, ja, zu zerstören, ganz einfach, ja. Es wird so nicht stattfinden. Ja, was, was kam heute Nacht also? Also, es kam eine, so eine Transformationswelle an mit der Information, dass unsere Hauptchakren jetzt nochmal aktiviert werden. Also, alles gleichzeitig jetzt. Die Fußchakren, die Füße zur Erdung, die Handschakren, das Thema zum Handeln und das Kronchakra und zwar, um uns mit der geistigen Welt zu verbinden, mit der Seele, mit unserem Ich Bin und auch die Informationen dazu zu bekommen. Bei mir ballerte heute Nacht alles und so stark, also das war schon so heftig, ja, ja, ohne Worte, also muss ich wirklich sagen. Und diese gesamte Aktivierung, ja, bringt jetzt auch die Aktivierung unserer inneren Kreativitätskräfte. Alles, was im Ungleichgewicht ist, möchte jetzt in eine Balance kommen. Und ganz wichtig dabei auch dieses Geben und Nehmen möchte jetzt in eine Balance kommen. Und es führt uns auch dorthin, dass wir uns dadurch, dass wir uns immer mehr mit dem höheren Herzen verbinden, ja, und mit der Christuskraft in uns, dass wir auch die Kraft haben, das auszugleichen. Das heißt, wir haben die Kraft, wir werden durch diese Manifestationswellen und Transformationswellen auch in eine Art innere Sicherheit gebracht und geführt. Und aus dieser inneren Sicherheit heraus, mehr und mehr können wir diese Balance herstellen, zwischen Geben und Nehmen. Und diese Kräfte in uns, die noch im Ungleichgewicht sind, also die männlichen und weiblichen Kräfte, werden jetzt so sichtbar, dieses Ungleichgewicht wird so sichtbar, genau wie im Außen, so auch bei uns innen. Und das führt uns an diesen Punkt, dass wir jetzt unsere Komfortzone verlassen müssen, ja. Und wir verlassen sie jetzt auch. Wir verlassen sie so groß in den Schritten, bis wir unseren inneren Frieden gefunden und erreicht haben. Das ist jetzt, was auch wirklich geschieht, ja. Und dabei haben wir jetzt so große, enorme Unterstützung von den Lichtkräften um uns herum. Und dazu komme ich gleich noch, weil das war das, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich doch heute ein Video machen, weil ich das wahrscheinlich zum Vollmond, der ja am Mittwoch ist, gar nicht mehr schaffen werde. Wir werden jetzt also in eine Handlungsfähigkeit geführt. Und das sind ja unsere Hände, ja, wo wir so eine starke Aktivierung erfahren aus dem Inneren. Wir werden nicht mehr aus dem Äußeren unkontrolliert loslegen und handeln, sondern aus diesem Nullpunkt, den jetzt übrigens sehr, sehr viele erreichen. Sehr viele sind jetzt so an diesem Nullpunkt, ja. Und wir sind es auch mit der Erde. Wir sind es also sozusagen in diesem allwissenden Seinszustand. Und aus diesem inneren Zustand werden jetzt sehr viele loslaufen. Ja, richtig, genau. Das, was auch noch geschieht, ist auf der körperlichen Ebene, es kann sein, bei sehr vielen Frauen, dass die Beckenbodenenergie sich so transformiert jetzt. Denn diese findet in den Beckenbodenorganen immer mehr auch diesen kristallinen Zustand, dass also Menstruationsstörungen aufkommen können, immer wieder nochmal Magen-Darm-Probleme aufkommen können. Denn dort findet eine sehr starke, auch sehr starke Reinigung statt. Mit dieser Reinigung, ja, in der Beckenbodenenergie, die uns eine neue Erdung bringt, eine neue Anbindung an die heile Erde, höre ich jetzt, an die gereinigte Erde, an diese neue Aufstiegserde finden. Und das ist jetzt ganz wichtig für diesen weiblichen Aspekt, finden also gerade Frauen jetzt eine neue Ausdruckskraft. Also sie fühlen sich immer mehr und sie können sich mit diesem neuen Gefühl ihrer eigenen inneren Rückverbindung sehr neu ausdrücken. Und das wird sich vor allem auch auf der Beziehungsebene merkbar machen. Und nicht nur auf der Ebene der Beziehungen, sondern auch der Beziehungen gesellschaftlich und auch beruflich. Genau, das war das richtige Wort. Und das Schöne ist, dass diese neue Ausdrucksfähigkeit, diese neue kreative Ausdruckskraft der weiblichen Energie auch übertragen wird an den Mann, der dann auch, und das ist das Schöne, sich innerlich verbinden kann mit seiner, mit den weiblichen Aspekten in sich. Und das war so schön in der Telegram-Gruppe, das war so schön, ich glaube es war der Micha oder so, der also da schrieb, ihr lieben Frauen, so nach dem Motto, so viele Frauengruppen finden sich, bitte vergesst uns nicht, uns Männer, nein, ganz und gar nicht. Also ganz lieben Dank nochmal, ganz im Gegenteil, ja. Jetzt geht es wirklich los, dass diese neue Beziehungsebene von Männern und Frauen sich formt und zeigt und entsteht auch, ja. Ja, das war sehr schön. Und damit geht auch einher die Sehnsucht und das ist alles jetzt schon im Feld, auch mit der Verbindung mit dem Löwevollmond, ja. Mit dem Löwevollmond, mit der Sonne im Wassermann. Damit geht auch einher der Wunsch und die Sehnsucht sich zu zeigen jetzt, in so einem Echtheitsmodus sich zu zeigen, ja. Und in eine innere, diese innere Wahrheit darin auch zu zeigen, diese Echtheit und Wahrheit, wer ich wirklich bin. Und das auch sichtbar zu machen und damit übrigens auch gesehen werden zu wollen. Also in einer Tiefe, ja, und gehört werden zu wollen. Ja. Und das bringt auch jetzt die Balance in uns. Also das, wir kommen sozusagen aus der Balance der Kräfte jetzt, die wir immer mehr in uns herstellen. Also diesen männlichen und weiblichen, die wir, was wir immer mehr schaffen, kommen wir auch in den Wunsch, in so ein gesundes Gleichgewicht hineinzukommen. Und viele spüren dieses innere, gesunde Gleichgewicht schon, ja. Und viele haben dieses innere, gesunde Gleichgewicht schon hergestellt und sind da auch mit ihrer ganzen Empathie sehr empfänglich schon, ja. Dass dieses Geben und Nehmen auch immer in Balance gehalten wird. Und spannend ist dabei auch, dass mit diesem inneren, mit diesem Wunsch nach Gleichgewicht, dass wir also auch sehen, was ist Realität und was ist keine Realität mehr. Und das wird jetzt auch in den kommenden Tagen und Wochen sich aussondern, sich auslösen, sich ablösen, ja. Und das Alte wirklich ganz verlassen für diese neue Stufe, in die wir hineingehen. Ja, okay. Wir können also nun aus einer inneren Stärke und Kraft uns auf dieses neue Feld bewegen. Und dieses neue Feld, das ist so toll. Ich hatte gestern ein schönes Gespräch mit einer Freundin, ja. Es ist Leere und Fülle zugleich. Es ist dieses, ich sehe nichts und trotzdem ist alles irgendwie schon da. Und wir dürfen das wirklich fließen lassen. Wir dürfen das jetzt wirklich geschehen lassen, ja. Wir dürfen diese Lebensenergie, diese Schöpfungsenergie, diese ganze Kreativität, die damit einhergeht, damit dürfen wir es entstehen lassen. Und wir müssen, das ist dieser andere Aspekt dabei, wir müssen eben nicht mehr aus dem Äußeren Handeln, du, du, du gehen, sondern wir gehen aus einer vollkommenen inneren Zentriertheit. Oder wir warten auch ab. Es entsteht, ja. Es entsteht. So, und jetzt komme ich zu diesem, wow, was dann heute Morgen noch kam und mir meine Guides gezeigt haben. Das war so schön. Und zwar haben sie mir ein Handy gezeigt. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll denn das bedeuten? Und gestern erwähnte ich in einem Gespräch, dass ich gerade auch entweder das Handy, wenn ich konzentriert arbeite, ganz viel abgeschaltet habe. Oder es geht richtig mit mir mit. Es läuft sozusagen teilweise mit mir mit auch. Und ich habe diesen Kontakt dazu und die Information war, dass jetzt sehr viele Starseeds im Erstkontakt kontaktiert werden. Und ich habe das extra nochmal abgefragt, darf ich das sagen? Und es kam ja, genau das ist die Botschaft. Jetzt werden sehr viele Starseeds, Lichtarbeiter aus der geistigen Welt, aus der Galaktischen Föderation, von ihren Geistführern ganz bewusst im Erstkontakt kontaktiert und aktiviert. Ja, und das war eine so schöne Botschaft und Information, dass ich gleich gesagt habe, okay, ich gebe das weiter. Diese Wellen, die jetzt noch kommen, diese Vollmondwelle, dann gehen wir in diesen 22.02., wo ich eine Live-Meditation wieder machen werde. Und dann gehen wir in den Februarabschluss hinein und der März beginnt. All diese Wellen, ja, werden jetzt wirklich unser Menschenschicksal extrem beeinflussen. Ja, deswegen, wie ich sagte, diese ganze große Manifestationszeit bis in den April hinein wird jetzt sich so viel bewegen. Und unser Fokus und unsere Absicht und unsere innere Balance ist jetzt hier sozusagen diese für uns, diese Ausgangswelle, ja, die wir hinausschicken. Ja, wir bekommen jetzt also, und das ist jetzt auch der Abschluss für dieses Video, so einen mächtigen Vorwärtsschub, dass natürlich auch der Körper reagieren kann. Kein Wunder, also ich hatte heute Morgen Nasenbluten. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas gehabt, ja. Dazu muss ich allerdings sagen, dass auch hier Berlin wieder zugeschüttet wurde mit all dem anderen. Aber dieser Vorwärtsschub ist jetzt, den wir bekommen, ist so intensiv und wir dürfen den empfangen. Also reite auf dieser Welle jetzt, ja, reite richtig mit und gib dich dem wieder ganz hin, ganz hin. Wow, in diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes Wellenreiten und komm raus aus der Box, ja. Ja, nutze diese Schubkraft und ihr habt einen ganz tollen Vollmond. Es ist alles gesagt. In diesem Sinne merci. Bye, bye, I love you. Und ganz, ganz, ganz lieben Dank auch an dich und ganz lieben Dank an euch alle. Bis bald, ja. Nicht mehr so lange hin. Wir sehen uns und wir hören uns, ja. Bye, bye.